Und ein herzliches Willkommen zurück, oder falls neu ist, ein herzliches Willkommen einfach so, bei Mario Tennis Aces im Online-Turnier. Ich bin von Lühe Gameplays als Hobby und wir sind jetzt in Runde 3 mal wieder angekommen. Wie sonst auch immer. Nur hoffe ich, dass wir diesmal mal weiterkommen. Oder war ich beim ersten Turnier auch schon in Runde 4? Ich weiß es gar nicht mehr. So gesehen in der Halbfinale war ich, glaube ich, schon mal, oder? So, der Jellmer mit Bowser. Okay. Schauen wir mal, wie wir uns schlagen. Bowser hat heftige Schläge drauf. Der hat auch jeweils immer 2-0 gewonnen. Jellmer hat Aufschlag. Oh, mein Gamepad wird klitschig. Mist, ich hatte keine, ich hatte keine Energie mehr. Scheiße. Hm. Was macht er mit mir? Wie gesagt, ich wollte eigentlich mal weiterkommen. Wie jetzt? Boah. Darf doch nicht wahr sein. Das gibt's nicht. Warum? Ich will weiterkommen als zur dritte Runde. Okay. Ich will weiterkommen als zur dritte Runde. Juhu. Doch nochmal. Das war jetzt wieder blöd. Wow. Ach komm. Das gibt's da nicht. Die hätte ich da nochmal getroffen. Sag mal. Ach man, das gibt's da nicht. Nicht so scharf, wie ich einfach nicht... Wieso komme ich einfach nicht über die dritte Runde drüber? Da kriege ich doch schon wieder ein zu viel. Meine Güte. Oh Mann. Okay. Na gut, ich werde natürlich nicht aufgeben. Ich werde natürlich noch ein weiteres Turnier jetzt versuchen, aber es ärgert mich doch schon so ein bisschen. Wobei bei Pokémon Tekken Dx läuft's eigentlich bei mir auch nicht anders. Aber es ärgert mich, dass ich nur bis Runde 2 komme, so gesehen. Beziehungsweise 3, aber halt nicht weiter. Okay. Wenn's euch trotzdem gefällt oder als Unterhaltung dient, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und ein Abo, wenn ihr trotzdem nichts verpassen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Turnier. Mit von Neuer Gameplay als Hobby beim Mario Tennis Online Turnier. Auf Wiedersehen. Viel Spaß noch. Tschüss.